Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir über den RodeCaster Pro und weshalb er für alle Podcaster und YouTuber wahrscheinlich das Werkzeug schlechthin ist und warum Rode da wahrscheinlich ein richtig großer Wurf gelungen ist. Also viel Spaß. Das Audio Setup ist heute ein etwas anderes. Ich denke du hörst es auch schon recht deutlich. Es klingt deutlich anders als sonst auf meinem Kanal hier. Das hat auch einen Grund. Der Ton geht heute über dieses Mikrofon direkt in den RodeCaster Pro. Dort wird das Ganze verarbeitet, gemischt und dem Video und meiner Postproduktion sozusagen wieder hinzugefügt. Ich setze das Ganze übereinander eins zu eins und verarbeite nichts weiter. Ich lasse die Audio so wie sie ist. Sie wird natürlich in dem RodeCaster Pro optimiert, das muss ich gleich dazu sagen. Denn hier gibt es eine ganze Menge Kleinigkeiten, die hier gleich eingreifen, um den Ton optimal aufnehmen zu können. Sozusagen für eine perfekte Podcast-Produktion. Was alles dazu gehört und warum ich ihn so toll finde, das schauen wir uns etwas näher an. Aber vorab gibt es noch einen kleinen Disclaimer. Dieses Gerät wurde mir für diesen Test und für dieses Video zur Verfügung gestellt von Rode. Vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie mir ermöglicht haben, diesen Test durchführen zu können. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang. Wir schauen direkt an, warum ich den RodeCaster Pro so gut finde. Ich finde, das Audio ist überragend bei diesem Gerät. Das heißt, du nimmst also eine richtig gute Qualität auf und du kannst, wie du es gerade hörst, einen Podcast für meine Begriffe, so wie er ist, fast schon lassen und rausgeben und veröffentlichen. Das habe ich übrigens getan und zwar habe ich meinen letzten Podcast gemeinsam mit dem Erik aufgenommen. Wenn du den Podcast noch nicht gehört hast, dann kannst du gerne mal auf meinen Podcast-Kanal schauen. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut und die Podcasts anhört, die ich so mit den diversen Protagonisten aufgenommen habe. Natürlich ist nicht nur das Aufnehmen einfach, sondern auch das Anschließen. Du hast hier vier Eingänge über XLR, mit denen du Mikrofone anschließen kannst. Du kannst also ganz normale Kondensatormikrofone anschließen. Du kannst dynamische Mikrofone anschließen. Je nachdem, was du eben dort dran hast am Gerät. Du kannst es dann auswählen im Menü und dementsprechend wird dann entweder eine Phantomspeisung hinzugefügt durch das Gerät automatisch, wenn quasi ein Rode-Eigenis-Mikrofon benutzt wird und das so auswählst. Oder du fügst das selbst hinzu, wenn du der Meinung bist, dieses Mikrofon braucht die Phantomspeisung und dann liefert der Rodecaster Pro direkt diese Unterstützung und du kannst sofort loslegen. Neben den vier Eingängen hast du natürlich auch die Möglichkeit, noch mit USB aufzunehmen. Du kannst per Bluetooth aufnehmen und du kannst ein Telefon direkt anschließen und aufnehmen. Das heißt, das ist richtig cool für alle, die aufgrund einer Entfernung meinetwegen ein Telefonat mitschneiden wollen, weil das quasi Teil des Podcastes ist oder der Aufnahme. Und so hat man also die Möglichkeit auch recht frei und unkompliziert auch Gäste über ein Telefonat, also über das Telefon mit einzuschneiden und aufzunehmen. Finde ich richtig cool, weil du in diesem Gerät alles gleich im Überblick hast und musst es nicht über den Rechner irgendwie anschließen und kompliziert zusammen matchen, sondern das kannst du eins zu eins anschließen und direkt mit ins Recording reinnehmen. Dann hast du die Möglichkeit, über acht verschiedene Patches dir Jingles einzuspielen. Da gibt es jetzt acht verschiedene, die sind schon vorgefertigt, also als fertige Soundpresets. Die kannst du als Eingang bei einem Podcast nehmen, die kannst du als Ausklang bei einem Stream nehmen und und und. Und du kannst das Ganze aber auch nochmal frei belegen. Das heißt, du kannst eine komplette Bank dir erstellen, wo du eigene Sounds aufnimmst zum einen über den Rodecaster Pro. Richtig geil. Und du kannst die dementsprechend speichern und sie später einfach wieder abrufen. Auch eine coole Sache. Du kannst den Podcast nicht nur hier im Gerät intern speichern, das werden die meisten wahrscheinlich machen. Du kannst ihn auch über den Rechner direkt aufnehmen. Da gibt es quasi Software direkt von Rode selbst, wo du das Gerät zum einen koppeln kannst und zum anderen, wo du den Podcast auch direkt drüber aufnehmen kannst. Du siehst also dann all deine Parameter nochmal auf dem Rechner und kannst es dort quasi direkt hin aufnehmen und dir mitschneiden und kannst es selbst festlegen, wohin es gespeichert werden soll. Und kannst deine Postproduktion dementsprechend darauf anpassen, wer das braucht. Ich brauche das nicht. Ich habe das vorher so gemacht, muss ich sagen. Bislang habe ich all meine Podcasts im Rechner aufgenommen. Das heißt, ich hatte verschiedene Spuren, bin über mein Audiointerface gegangen, habe das alle Mikrofone angeschlossen. Oder eben, wenn es per Fern die Aufnahme war über das Internet, habe ich das sozusagen darüber eingespeist. Das geht auch. Dann hast du zwei oder mehr Tonspuren, je nachdem, wie viele du benutzt mit deinen Gästen. Bedeutet aber auch, dass du das Ganze im Nachhinein nochmal schneiden ordentlich musst. Du musst es bearbeiten und du musst im Vorfeld schauen, wenn du eben gleich mit Presets aufnimmst für den Ton, dass das alles passt, dass die Pegel stimmen. Und das nimmt der rote Custer Pro dir ab. Also alle, die sich mit Sound Engineering jetzt nicht so krass beschäftigen möchten und nicht so viel Vorahnung haben, für die ist das Gerät wirklich gut geeignet, weil das Gerät dir von Haus aus fast alles abnimmt. Also du kannst ja nicht nur alles anschließen, fast was du möchtest, und mitschneiden. Nein, du hast auch die Möglichkeit, hier nochmal intern in der Signalverarbeitung nochmal herzugehen und an deine Stimme alles anzupassen, was du brauchst. Also es gibt zum Beispiel einen Kompressor, es gibt einen Deesser, du kannst das Pegel einstellen. Du kannst auch nochmal bestimmen, welche Stimmart du hast, also eine sehr bassige, eine mittenbestimmte oder eine sehr hohe Stimme. Du kannst einen Hochpassfilter einstellen, du kannst das Noise Gate auswählen. Noise Gate bedeutet zum Beispiel, viele wissen das vielleicht nicht, dass Hintergrundrauschen rausgenommen wird. Und sobald kein Ton mehr zum Mikrofon kommt, also keine Stimme beispielsweise mehr hier ist, hört sofort hier der Ton quasi auf im Sinne von, du hörst nichts mehr. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Jetzt ist das Noise Gate auch eingeschaltet und du hörst quasi nur meine Stimme. Und sobald ich aufhöre zu sprechen, dürftest du Stille hören. Jetzt ist meine Videolampe hier auch noch eingeschaltet, die ist recht laut, das ist etwas ungünstig für Video generell, aber bei dieser Aufnahme kann ich dir recht gut zeigen, was ich meine. Also jetzt ist Noise Gate eingeschaltet und jetzt werde ich mein Noise Gate deaktivieren. Achtung, jetzt ist es ausgeschaltet und ich höre über die Mikrofone sofort den Lüfter in der Videolampe. Hinzu kommt natürlich auch, dass meine Kopfhörer hier direkt Studio Kopfhörer sind, das heißt ich höre hier nochmal ein bisschen besser, was aufgenommen wird im Sinne von, ich höre wirklich alle Frequenzen, die abgebildet werden sollten. Und sobald ich das Noise Gate wieder einschalte, sollte sofort der Ton wieder still sein, wenn ich nicht spreche. Und ja, ich höre gar nichts, es ist eine totale Stille und genauso war das im Podcast mit Erik, also sobald kurz Ruhe war, war auch der Podcast still. Und ja, sowas lässt sich im Nachhinein auch in der Postproduktion teilweise recht einfach einstellen, aber da muss ich dann manchmal doch hergehen und alle Parameter nochmal anschauen und anfassen. Und das finde ich wirklich sehr gut hier beim Rodecaster Pro, dass das von Haus aus schon echt gut eingestellt ist. Alle, die die Höhen nicht so sehr mögen, die können mit dem Deesser ein bisschen die Zischschlaute noch ein bisschen rausnehmen oder eben reinnehmen. Ich mag das so, wie das eingestellt ist im Standard, da habe ich auch nichts dran verändert. Dann gibt es noch den Hochpassfilter für alle, die hier nochmal ein bisschen die Höhen separat einstellen wollen. Das heißt also, du hast dann nochmal einen Cut nach unten, wenn du sozusagen bassige Frequenzen nicht aufnehmen möchtest und eher nur die mittleren, wie jetzt hier bei der Stimme, dann kannst du das auch reinnehmen oder rausnehmen. Ich kann das mal kurz demonstrieren, vielleicht hört ihr den Unterschied. Jetzt ist der Hochpassfilter eingeschaltet und jetzt ist er ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob er den Unterschied hört, ich spreche einfach mal weiter, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und jetzt schalte ich wieder ein, 1, 2, 1, 2. Also für mich kaum ein wahrnehmbarer Unterschied, aber vielleicht hast du, wenn du Kopfhörer jetzt das Video anhörst, einen kleinen Unterschied wahrgenommen. Dann gibt es natürlich, und das ist sehr wichtig, den Kompressor hier. Ich gehe mal drauf auf den Kompressor. Der sorgt dafür, dass all das, was du aufnimmst, recht gut ausgewogen auch aufgenommen werden kann. Das heißt, sehr leise Töne und sehr laute Töne werden damit ein bisschen kompensiert. Also wenn ich jetzt auf einmal etwas lauter spreche, sollte der Kompressor sehr schnell eingreifen. Das kann man auch einstellen, feinjustieren, je nachdem, wie schnell er sozusagen die Attack bringen soll, also wie schnell er eingreifen soll oder wie viel Verzögerung da drin sein sollte. Und man muss ein bisschen aufpassen beim Kompressor, finde ich, weil damit bringst du auch sehr schnell Grundrauschen rein oder du sorgst dafür, dass die Stimme ein bisschen verzerrt, je nachdem, wie krass du ihn eingestellt hast. Auch hier habe ich Standard gelassen, habe nichts daran verändert, weil auch hier der Sound mir recht gut gefällt und ich dann gern, wenn ich überhaupt jetzt am Podcast hier noch was ändern möchte in der Aufnahme, dann eher in meinem Programm am Mac Pro nochmal arbeite, weil ich hier einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten habe und da ist das Gerät dann doch schon limitiert. Aber wie gesagt, für all das, was Podcasting angeht, für meinen Geschmack, ist es auf jeden Fall recht gut geeignet und läuft richtig gut mit den Grundeinstellungen. Jetzt hatten wir den Noise Gate und ich habe natürlich auch hier die Pegelfunktion, das heißt, ich kann hier hergehen. Ich habe jetzt den mittleren Pegel eingestellt auf 18. Wenn ich jetzt nach unten gehe, dürfte mein Mikrofon wieder leiser werden. Ich bin jetzt bei 9, das ist die Hälfte des Pegels. Ich bin jetzt auch leiser, wie du hörst. Und sobald ich wieder nach oben gehe auf 17, 18, ich gehe jetzt mal noch ein bisschen höher auf 23, 24, dann dürfte mein Mikrofon viel lauter sein als bisher. Ich bin jetzt wieder auf 18 runtergegangen. Das hängt ein bisschen, glaube ich, das hakt ein bisschen, wenn ich hier gerade zwischendrin ein- und ausstelle, aber so habt ihr gleich den Eindruck, wie das Ganze klingt und wie die Unterschiede sich hier darstellen lassen. Beim Mikrofon gibt es natürlich auch Unterschiede. Du kannst hier zum einen natürlich vorgefertigt die Mikrofone direkt nutzen. Also Rode hat gleich daran gedacht, dass du idealerweise Rode-Mikrofone nutzt, also das Rode PodMic, das Rode Procaster, das Rode Broadcaster. Das ist das hier, was ich benutze. Und dann gibt es noch das Rode NT1 bzw. Rode NT1A. Das NT1A benutzt Erik, soweit ich auch weiß. Damit hatten wir auch den Podcast letztens aufgenommen. Kannst du mal reinhören, vielleicht hörst du den Unterschied. Wenn ja, kannst du mir das ja gerne mal unter dieses Video schreiben, ob du Unterschiede in meinen Einstellungen hörst oder in meinem letzten Podcast wahrgenommen hast. Und wenn ja, welche das sind und ob du sie gut findest oder ob du vielleicht sogar sagst, nö, das gefällt mir doch nicht. Darunter hast du die Möglichkeit aber auch generell Kondensatormikrofon auszuwählen oder ein dynamisches. Dynamische Mikrofone brauchen in der Regel keine Phantomspeisung. Das ist dann eher bei den Kondensatormikrofonen wie bei diesem hier, die das dann brauchen. Es gibt auch noch YouTuber und Podcaster, die benutzen einen sogenannten Fathat. Das ist nochmal ein Verstärker, den man hier in den XLR mit reinschaltet. Muss jeder für sich wissen, ich mag den Sound jetzt nicht immer, wenn es dann zu stark von vornherein schon komprimiert ist. Du machst damit zwar das Signal deutlich lauter für die Voraufnahme. Das heißt, du musst in den Presets hier nicht reingehen und den Preamp im Aufnahmegerät nochmal hochdrehen. Du reduzierst quasi Grundrauschen, aber ja, ich bin da eher so ein Fan von noch ein bisschen authentisch und wenn es ein bisschen rauscht, ist das okay, weil dadurch lebt das. Aber das ist wie gesagt wieder eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich habe ja alles auf Standard gelassen und bin mit dem Sound von dem Rode Broadcaster, was ich hier benutze, sehr zufrieden. Ja, das heißt, du kannst hier für jedes Mikrofon und für jeden Eingang nochmal explizit bestimmen, welche Einstellung du möchtest. Das heißt, du kannst es zum einen an den Soundcharakter der Stimme bzw. der Aufnahmequelle anpassen und du kannst auch den dementsprechenden Eingängen noch natürlich die Lautstärke hinzufügen. Wenn du der Meinung bist, ein Telefonat ist viel zu schrill und viel zu laut, dann kannst du das runterregeln und du kannst auch optimalerweise für jeden, der teilnimmt beim Podcast in der Aufnahme, noch zusätzlich einen eigenen Kopfhörerausgang zur Verfügung stellen. Das finde ich richtig cool, weil wenn man sich gegenüber sitzt oder zumindest im Raum irgendwie aufhält und die Aufnahme gemeinsam aufnimmt, dann wäre es auch gut, wenn jede für sich seine Kopfhörer hat, um zum einen sich selbst besser hören zu können. Das finde ich sehr wichtig zur Selbstkontrolle und auch so ein bisschen für das eigene Gefühl von, okay, ich höre mich, ich nehme mich wahr und ich spreche hier nicht in irgendwas Dumpfes hinein und ich höre nichts. Also als Musiker und Sänger kann ich da ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen, dass das Selbsthören extrem wichtig ist für die eigene Beurteilung der Stimme und für die eigene Präsenz fürs Gespräch. Aber das ist auf jeden Fall hier mit an Bord. Das haben auch nicht alle Geräte und das wäre auch nicht so einfach möglich, wenn ich jetzt nur über mein Audio-Interface vom Rechner aufnehmen würde. Das muss ich gleich dazu sagen. Also da bin ich dann sehr limitiert, beziehungsweise wird es dir ähnlich gehen zu Hause, du wirst dann extra Geräte brauchen und die brauchst du ja doch nicht so oft. Und wenn hier so ein Podcasting-Gerät das gleich eingebaut hat, dann ist es natürlich ideal, weil du das alles dabei hast. Du kannst, wo wir gerade dabei sind, die Aufnahme wunderbar mit einem Knopf starten. Das heißt, du drückst einmal auf Rekord und dann läuft das Ganze durch, so lange wie du möchtest. Du hast die ganze Zeit über dieses Display eine Zeitanzeige. Du hast eine Anzeige für die Sound-Einstellungen nochmal extra und für die SD-Karte, die hinten eingelegt ist. Da kommen wir gleich noch dazu. Und du kannst die ganze Zeit über kontrollieren, welche Pegel eingeschaltet sind, also welche Eingänge ausgewählt wurden, welche aktiv sind, welche gemutet sind und wie stark der Pegel eingestellt ist. Da hast du auf einen Blick alles da und kannst jederzeit quasi eingreifen und kontrollieren, ob alles läuft oder eben nicht. Die SD-Karte. Auf die SD-Karte kannst du den kompletten Podcast aufnehmen. Das heißt, du hast, wenn du jetzt alle Eingänge mit einmal benutzt und alles aufnimmst, hast du eine Session auf dieser SD-Karte gespeichert und es ist eine Tonspur. Das ist, und das muss ich an der Stelle sagen, ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Für jemand wie mich, der froh ist, weniger nacharbeiten zu müssen, ist das ideal. Im Sinne von, wenn ich jetzt irgendwas verreise bei der Aufnahme, dann habe ich Pech gehabt. Okay. Aber ich muss nicht mehr hergehen und aufwendig den Podcast nochmal abhören und bearbeiten, weil das ist etwas, was mir in den letzten Jahren immer wieder begegnet ist, dass ich den Podcast aufwendig nochmal aufarbeiten musste, aufwendig nochmal einfach alles anhören musste und schneiden musste. Und hier in dem Gerät habe ich alles zusammen. Es ist gematcht. Da ist auch nichts verzögert oder so. Das passt alles perfekt zusammen und ich habe auch gleich die gute Audioqualität und kann sie direkt rausgeben. Und das empfinde ich als einen enormen Vorteil. Aber alle die, die jetzt, ich sage mal, professionell im Sinne von, ich möchte jede Spur nochmal einzeln bearbeiten können oder sogar müssen, für die ist es schwierig, auf SD-Karte zu arbeiten, weil die SD-Karte quasi die Aufnahme als eine Session einfach nur ablegt. Da empfehle ich dir dann über deinen Rechner aufzunehmen, wo du dann den RodeCaster Pro sozusagen darüber ausspielst, wo du dann selbst nochmal bestimmen kannst, wie jetzt was gehandelt wird. Für alle, die unterwegs viel sind und die unterwegs einfach nur einen Podcast produzieren wollen und das Ganze ein bisschen auch nehmen, wie es ist, also einfach authentisch mit rausnehmen, für die ist es ideal, für die kann ich es sehr empfehlen. Alle anderen sollten vielleicht nochmal überlegen, ob das für sie was ist. Das ist natürlich etwas, was auch jede für sich entscheiden muss, weil natürlich auch nicht jede die gleichen Gegebenheiten hat und nicht unter den gleichen Bedingungen arbeiten kann und möchte. Das habe ich an der Stelle auf jeden Fall erwähnt, weil das finde ich sehr wichtig, auch bei sowas nochmal zu sagen, wo es hier und da vielleicht doch einen Haken geben könnte. Apropos Haken, das ist eigentlich keiner. Du kannst die Jingles hier zum Beispiel auch, es wechseln viele bei Mischpulten, hier rechts nochmal in der Lautstärke regeln, das heißt, du kannst nicht nur Jingle einspielen, sondern du kannst es auch sehr leise oder eben sehr laut bringen. Ich demonstriere das mal mit einem Jingle und zwar den Applaus. Ungefähr mittlere Lautstärke. Und ich kann ihn auch wegregeln, wenn er mich stört oder wenn ich ihn einfach nicht mehr haben möchte. Jetzt habe ich ihn komplett weggenommen, die Aufnahme ist auch zu Ende, also das läuft dann automatisch nach ein paar Sekunden dann wieder aus. Oder es gibt auch so etwas wie das hier. Also auch das kannst du ein- und ausfaden mit dem Regler, finde ich richtig cool. Die Regler fassen sich auch richtig gut an, muss ich sagen. Sind echt gut verarbeitet und hier knatzt und hier quietscht auch nichts. Also wenn du jetzt eine Aufnahme hast und du bist gerade sehr geräuschstensibel sozusagen in der Umgebung, dann wäre es sehr ungünstig, wenn irgendwas hier dran knatzen oder quietschen würde. Und also das passiert alles gar nicht. Das Gerät ist ja generell aus Metall gefertigt, komplett aus Metall. Also sehr wertig und auch sehr verwindungssteif, habe ich das Gefühl. Und dementsprechend sind auch die Tasten und die Regler gearbeitet, sodass du während der Aufnahme wirklich geräuschlos nochmal gegenpegeln und gegenregeln kannst. Finde ich auch sehr wichtig, weil wenn sowas drauf ist und das stört dich, wäre es echt ärgerlich, weil sowas lässt sich vermeiden. Und hier muss ich sagen, bei dem Gerät ist es echt gut und du hörst davon überhaupt nichts. Jetzt haben wir sehr viel über die Haptik und über die Qualität beim Sound gesprochen. Beim Display muss ich sagen, da hat sich Rot auch echt nicht lumpen lassen. Also das hat wirklich eine sehr gute Abbildungsqualität. Ich hatte gar keine Ahnung, wie gut das Display im Vorfeld ist, weil ich hatte mir zwar Reviews angeschaut, aber über Videos immer schwierig zu beurteilen, wie es aussieht und wie wirklich die Darstellung in Real Life sozusagen ist. Aber ich würde jetzt sagen, das sieht aus wie wirklich ein sehr gutes Handy-Display im Vergleich. Ich meine, so viel musst du auch nicht darauf ablesen können. Bei der Aufnahme ist das Wichtigste, dass du den Pegel sehen kannst, dass du vielleicht die Zeit sehen kannst. Das ist jetzt für mich jetzt nicht so wichtig. Bei einem Podcast ist es zwar ganz nett zu wissen, okay, es läuft gerade eine Stunde oder eine halbe Stunde, was die Themeneinteilung angeht. Aber für mich ist es wichtig, die Pegel zu sehen und nochmal kurz eingreifen zu können, wenn ich im Menü irgendwas doch einstellen muss, gerade spontan in der Aufnahme. Und alles andere ist für mich persönlich dann erst einmal egal. Aber natürlich ist es auch besser als nur bloße LED-Anzeigen irgendwo. Das wäre dann ein bisschen sehr oldschool und wäre schwierig, auch was Einstellungen angeht. Noch etwas Speaking of Anschlüsse und zwar, die Bluetooth-Verbindung ist die Bluetooth 5.0-Verbindung. Das heißt, du hast eine ganz normale handelsübliche Bluetooth-Verbindung. Da würde ich dir empfehlen, du kannst zwar darüber Geräte anschließen, aber ich würde gerade Telefone dann eher mit Kabel anschließen. Zum einen hast du keine Störfrequenzen im Zweifelsfall drin, also gerade auch wenn du starkes WLAN oder andere Bluetooth-Geräte in der Nähe hast. Und zum anderen gehst du einfach sicher, dass die Leitung stabil bleibt. Also ich bin ja auch immer so ein Fan von Kabel ist Kabel und das passt auch meistens in Verbindung als Funkstrecken. Also hier würde ich dir empfehlen, einfach das Telefon anzuschließen per Kabel oder per USB zu arbeiten. Denn Bluetooth habe ich jetzt noch nicht so krass genutzt, brauche ich aber auch nicht, weil ich in der Regel meine Gäste entweder hier vor Ort habe im Studio und dann hier anschließe oder per Fernschalte sowieso über den Rechner arbeite und dann dementsprechend USB bedeutet. Das jetzt auch mit an der Stelle gesagt habe. Speicherkartentechnisch habe ich hier eine 64-Gigabyte-Karte drin und die hat ungefähr eine Kapazität von 60 Stunden. Also come on, wer braucht 60 Stunden? Also wenn ich so viel füllen möchte mit Podcast-Material, dann bin ich glaube ich drei Monate unterwegs und mache jeden Tag drei Podcast-Folgen und die Karte ist immer noch nicht voll. Also ihr seht, hier gibt es enorm Potenzial. Wer auf Speicherkarte arbeitet, ich glaube da reicht auch eine 32er und dann hast du 30 Stunden Podcast und das reicht dann auch für 30 Folgen ungefähr, wenn du pro Folge ungefähr eine Stunde aufnimmst. Bei mir sind die Podcast-Folgen in der Regel von einer bis anderthalb Stunden, je nachdem, was es für ein Thema ist und welcher Gast das ist. Aber ihr seht, da gibt es echt eine ganze Menge Luft nach oben, was die Aufnahmekapazität angeht, wenn du eine dementsprechend gute Karte einlegst. Und ich habe auch eine handelsübliche und zwar habe ich eine, die ungefähr 90 Mbit schreibt, also etwas ganz Normales, auch nicht so Teures und das läuft wunderbar einwandfrei hier auf dem Rodecaster Pro. Also auch hier musst du, glaube ich, nicht zündhaft viel Geld ausgeben, weil das Gerät an sich kostet dann schon ein paar Euro. Ich finde aber für die Möglichkeiten, die es bietet, finde ich es sehr angemessen. Aktuell liegt der Preis bei um die 500 Euro. Wenn ich mir überlege, gutes Audio-Interface kostet auch seine bestimmt 300 Euro, 350 Euro und ja, dann habe ich noch nicht mal etwas, wenn ich Pech habe, für die Phantomspeisung dazu oder mir fehlen Anschlüsse und hier habe ich eben alles dabei und kann das quasi direkt am Rechner verwenden. Finde ich wirklich ideal, daher finde ich, ist der Preis durchaus angemessen. Der ist ja auch ein bisschen gefallen in den letzten Jahren, daher denke ich, das ist auf jeden Fall eine Alternative für alle, die ernsthaft Podcasting betreiben wollen. Jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt und ich hoffe, der Ton war auch bis jetzt ganz gut. Ich hoffe, du konntest bis jetzt alles gut verstehen und sehen. Wenn du Fragen hast zum Rodecaster Pro, kannst du mir gerne jederzeit unter dieses Video schreiben, da können wir uns wieder austauschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützt, mir ein Abo hier lasst. Wenn euch das Video gefallen hat, weil ich habe gesehen, über 90% der User von meinen Videos sind keine Abonnentinnen und Abonnenten. Also gern bitte das Abo drücken und die Glocke anmachen, das würde mir sehr helfen. Also vielen Dank an dieser Stelle und in diesem Sinne hoffe ich, das war ein bisschen hilfreich. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und dann danke ich schon mal fürs Zuschauen und freue mich auf das nächste Video mit euch und wünsche euch allen noch eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss! Bis dahin! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.